Musik So, und einen guten Stern, einen neuen Stern am Moderatoren-Himmel, ich meine, Sie kennen ihn alle, habe ich jetzt ihn auch zu präsentieren, dafür ist das ZDF, ist er neu. Hier ist Ingolf Lück. Hallo. Grüß dich. Genau, genau, genau. Setz dich, Ingo. So, also ein neuer Stern, ist ja eine gute Bezeichnung. Du hast eine neue Sendung im ZDF, kennt noch nicht jeder, wie heißt die? Die heißt Zehn oder Gehn, aber ich möchte, bevor ich darauf eingehe, auch nochmal, du hast jetzt schon so oft Köln genannt und Köln, ich möchte auch nochmal Köln grüßen heute Abend und zwar den FC Köln, ja, ich möchte die Grüßen, die stehen nämlich gerade im Halbfinale, im Kappfinale, Halbfinale und den FC Bayern auch. Oh, voll auf der Brust. Und natürlich auch Hertha BSC, die ja demnächst mit der ersten Liga aufsteigen werden, oder? Gut, so, aber nicht nach Köln zieht sich, sondern weit, weit weg. Weit weg, ja. Ja, morgen kommt unsere zweite Sendung von Zehn oder Gehn und zwar morgen um 20.30 Uhr. Die erste Sendung war aus Malta und das ist Reisespiel im ZDF und morgen kommen wir aus einem Land, das ich Ihnen also wirklich ganz nah ans Herz legen möchte. Nicht, weil ich in der Sendung bin zwar auch, aber wegen Marokko. Marokko ist wirklich ein geheimnisvolles Land und ist ein Land, was wirklich viel zu bieten hat, von dem wir gar nichts wissen, diejenigen zumindest, die noch nicht in Marokko waren. Und ich war vorher nicht da. Und das Ganze natürlich verbunden mit einem Spiel, also Zehn oder Gehn. Ein Paar kommt nach Marokko, ein Paar aus Deutschland und die müssen dann Spiele machen, Punkte sammeln. Zehn Punkte können sie sammeln. Wir wollen da das Land spielend vorstellen, das ist was man sich eigentlich immer wünscht, so was machen zu können. Und wenn die die Zehn Punkte schaffen, dann können sie gleich 14 Tage Luxusurlaub da machen in dem Land. Und wenn sie sie nicht schaffen, müssen sie mit dem nächsten Flugzeug dann nach Hause fliegen. Ein toller Promotion-Macher für seine eigene Sendung hier. Super, also Zehn oder Gehn kann ich Ihnen empfehlen, morgen 19.30 Uhr. Aber, aber. 20.30 Uhr. 20.30 Uhr. 20.30 Uhr. 20.30 Uhr. Gut, dass du da bist. Ich hätte auch auf 19.30 Uhr ZDF eingeschaltet. So, aber wichtig, 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 demnächst noch eine Show. Ja. Und die? Also ich darf, ich habe das Glück noch was ankündigen zu dürfen. Und zwar will das ZDF eine alte, gute Tradition wieder aufgreifen, die es also seit Sendungen wie Talentschuppen im deutschen Farbfernsehen nicht mehr gegeben hat, zumindest nicht an vorderer Front. Und das ist eine Talentshow, eine Nachwuchsshow. Und für die Show brauchen wir natürlich Talente, das ist ganz klar. Also Sänger, Sängerinnen, Gesangsgruppen, Entertainer, Parodisten, Komiker, alles dieses ganze breite Spektrum kann sich bei uns melden. Aber keine Profis, sondern Talente. Aber Talente, die eine Nummer haben, die sie selbst erarbeitet haben und die natürlich auch ein bisschen Mut haben, im Fernsehen aufzutreten. Und das ist natürlich kein Problem, weil das machen wir ja auch. Na klar, natürlich. Also wie bewirbt man sich mit einer Kassette am besten? Man bewirbt sich am besten beim ZDF mit einer Kassette, mit einem Tonband oder mit einem Video und auf jeden Fall ein Passfoto und ein Lebenslauf, damit wir wissen, was die Leute gemacht haben, wer sie sehen und so weiter. Denn wir haben auch eine Altersbegrenzung nach unten. Also die Kollegen sollten auf jeden Fall 15 Jahre alt sein. Nach oben gibt es keine. Also Oma, jetzt schon mal. Gerne Hinten mal. Du wirst auch kriegen, du wirst auch kriegen, kann ich dir versprechen. Okay. Es gibt dann, das muss ich noch sagen, das ist ganz wichtig, es gibt, wahrscheinlich, das drängt die Zeit wieder an. Herrlich. Live-Sendung. Auf jeden Fall gibt es eine Jury, die wird die Besten auswählen und wir haben in jeder Sendung noch einen Schmankerl, ein kleines Bonbon. Wir wollen nämlich Heimvideos zeigen, also jetzt nicht, was Sie denken irgendwie, aber witzige Videos jedenfalls, die zu Hause gemacht haben. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben ein Video gemacht, das sollen alle sehen, schicken Sie es uns, wir werden es auswählen. Schicken, schicken, schicken an diese Adresse, an diese Adresse hier, ZDF Berlin, Redaktion Hut ab, so nennt sich nämlich das neue Ganze, in der Oberlandstraße 88 in 1000 Berlin 42. Redaktion Hut ab, Oberlandstraße 88 in 1000 Berlin 42, so und jetzt lasse ich dich gar nicht mehr zu Wort kommen. Doch, eine Frage habe ich noch. Wann die Sendung ist? Im September. Ja, gut, ich hatte eine andere Frage, was ist dein Lieblingslied der 80er Jahre? Ein deutsches? Ja, ganz schnell. Also alles von Falco, The Sound of Music oder Vienna Calling von Falco oder Genie, alles von Falco eigentlich. Falco haben wir mit dabei. Wir haben die Sendung. Die Sendung wird das folgsgeschichte. Vor allem von ل. Zusdf slider. Untertitelung des ZDF, 2020